Montagnachmittag im Stadion Platz 11. Während sich die Werder Leichtathleten auf ihren Einsatz bei den Deutschen Meisterschaften vorbereiten, Ballkünstler für extravagante Einstellungen herhalten müssen, freuen sich die Werder-Fußballerinnen über ihre neue grün-weiß gezackte Kluft und dem allerersten offiziellen Fototermin. Nun für sie, die Bundesliga-Frauen mit ihnen Auge in Auge. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Werder-Bremens Fußballerinnen vor dem Saisonstart in die 2. Bundesliga. Langfristig soll es ganz hoch hinaus, nämlich in das Oberhaus, die 1. Bundesliga. Darüber und vieles mehr aus der Werder-Frauen-Fußball-Welt mit Werder-Präsident und Geschäftsführer Klaus-Dieter Fischer, dem Trainer Holger Stemmann und dem Coach der 2. Frauenmannschaft Thomas Gäffgen, hier bei Werder Sportline, ihrem Fachfernsehen für Frauenfragen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020